So sieht es bei Steffi aus. Und von vorne sieht sie so aus. Ich mach sie mal vielleicht so ein bisschen nach vorne oder so. Noch mal drehen. Dann noch mal seiten. Richtig, richtig schön. Und wie gefällt es dir? Super. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Finde ich auch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und danke, dass du da warst. Und vielleicht mache ich es ja mal zusammen. So. Wie findest du das so? Super So für die Fahrt oder auch so kannst du bestimmt ganz viele Frisuren machen Ja doch schon einige Ideen Hab viel Spaß und danke dass du da warst So für die Fahrt oder auch so kannst du da warst So für die Fahrt oder auch so kannst du da warst